Willkommen bei der Firma Heinrich Jäger Landmaschinen und Gartengeräte in Grebenstein. Mein Name ist Uwe Lohmann, ich leite den 1930 gegründeten Betrieb, mittlerweile in der dritten Generation. Unser Betrieb beschäftigt zurzeit zwölf Mitarbeiter. Fast alle unserer Mitarbeiter wurden im eigenen Betrieb ausgebildet und Jahr für Jahr in überbetrieblichen Lehrgängen bei unseren Hauptlieferanten John Deere fortgebildet. Mein Name ist Martin Klapp, bin Servicetechniker und seit 26 Jahren im Betrieb. Bin im Betrieb zuständig für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Ein reichhaltiges Angebot an Ersatzteilen und Zubehör in unserem Lager garantiert eine schnelle Reparatur und geringe Ausfallzeiten für den Kunden. Das Handwerk steht für Qualität.